Hallo Ralf, ich grüße dich. Willkommen auf der Zukunft. Wir haben hier in Seelze ein Treffen zwischen zwei Bootsprojekten, ein Floß, ein Boot. Und wir sind in diesem Fall das Boot, denn das Floß ist von der Aktion Agrar, eine Kampagne, die von, wenn ich richtig informiert bin, Magdeburg bis Hannover geht. Und da wollte ich dich bitten, du gehörst auch zu dem Team, was ist euer Ziel? Das Ziel ist, Bewusstsein zu schaffen für die Problematik einer Agrarindustrie, die uns quasi mit billigem Fleisch überschwemmt, auf Kosten von anderen Menschen auf anderen Kontinenten. Und das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen davon weg, wir müssen den Konsum reduzieren, wir müssen versuchen, diese Eiweißlücke, die es tatsächlich gibt, im Erzeugen von hochwertigen Proteinen zu schließen. Und unser Ziel ist, dafür aufmerksam zu machen, also auch eben Menschen zu sensibilisieren, was sie auf ihren Teller packen, wo sie das einkaufen, wie sie das erzeugen. Und dafür machen wir diese Aktion. Wir fahren dem Soja entgegen, mit Rädern und mit schwimmenden Fahrzeugen. Wow, cool. Und ja, heute kommt ihr hier in Hannover an. Und was ist euer Ziel in Hannover? Habt ihr da noch was? In Hannover ist das Ziel, nochmal eine Petition zu übergeben, die genau dieses Thema auf der Agenda hat. Und das soll halt morgen passieren an die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen. Und ja, eventuell gibt es noch ein paar andere Aktionen dazu als Rahmenprogramm. Mehr verratet ich nicht. Okay, ich bin gespannt. Wir werden ja sicherlich davon lesen und sehen es vielleicht. Ja, und Kultur und Kunst, alles was das verbindet, das finden wir sehr spannend. Und ich glaube, da geht auch einiges zusammen. Gut, ich drücke euch die Daumen und wünsche eine schöne Zeit in Hannover. Gleichfalls. Danke schön. Na, dann wünschen wir euch eine gute Fahrt und viel Erfolg. Dankeschön.